Heute zeige ich euch die Anwendung einer neuen Nagelspange für eingewachsene und eingerollte Nägel und zwar ist das die Topside Clip Nagelkorrekturspange. Bevor ich die Spange aufsetze, prüfe ich erstmal ob der Nagelfalz frei zugänglich ist. Hier auf der lateralen Seite sieht man, dass relativ viel Platz im Nagelfalz ist, aber auf der medialen Seite ist es ziemlich eng und der Platz im Nagelfalz ist eher beschränkt. So sieht die Topside Clip Nagelspange aus. Auf beiden Seiten, also links und rechts, befindet sich jeweils die Spangenfeder. Die Spangenfeder übt eine Federwirkung auf den Nagel aus und in der Mitte gibt es die Extensionseinheit. Über diese Einheit kann die Spange in der Länge angepasst werden. Hier sieht man auch ganz gut den Spangenkopf. Andere Nagelspangen haben einen Spangenhaken, den gibt es hier nicht. Hier gibt es den Spangenkopf und über den wird die Spange auch auf dem Nagel fixiert. Den Spangenkopf passe ich jetzt auch als erstes an. Ich teste mal, ob der Spangenkopf auf den Nagel passt. Hier sieht man aber, dass er vom Nagel runterrutscht und er soll ja die Spange am Nagel fixieren. Deswegen ist er jetzt noch etwas zu groß bzw. zu weit eingestellt und den muss ich erstmal noch etwas enger einstellen. Zum Einstellen bzw. Anpassen nehme ich jetzt eine Flachzange. Ich denke mal, die Flachzange kennen bereits viele von euch. Es ist ja eine Zange, die zur Grundausstattung gehört und die auch bei vielen verschiedenen Nagelspangen verwendet wird. Mit der Flachzange drücke ich jetzt diesen Spangenkopf zusammen, natürlich an beiden Seiten, weil die Spange auch an beiden Seiten am Nagel angebracht wird. Ich prüfe dann nochmal, ob der Spangenkopf jetzt passt und hier sieht man, dass er jetzt passt und nicht wie vorher einfach vom Nagel wieder rausrutscht. Als nächstes muss die Spange in der Länge angepasst werden. Hierzu schiebe ich den Spangenkopf auf einer Seite in den Nagelfalz und prüfe, wie die Spange aktuell von der Länge her ist. Hier sieht man aber, sie passt noch nicht auf den Nagel, sie ist zu kurz. Das bedeutet, ich muss in der Mitte diese Extensionseinheit noch auseinanderziehen, denn dadurch kann ich die Spange in der Länge anpassen. Hierzu nehme ich jetzt wieder die Flachzange und auch gleichzeitig eine Festhaltezange. Mit beiden Zangen halte ich jetzt die Spange an beiden Seiten fest und ziehe sie auseinander, beziehungsweise ich ziehe die Extensionseinheit in der Mitte auseinander, so weit, bis die Spange die gewünschte Länge erreicht hat. Jetzt wird die Spange aufgesetzt. Dazu schiebe ich den Spangenkopf vom freien Nagelrand aus in den Nagelfalz rein. Dadurch wird die Spange auch fixiert und auf der anderen Seite haben wir am Anfang ja schon gesehen, dass der Nagelfalz hier sehr eng ist und der Patient ist auch empfindlich und jetzt kommt auch das Besondere an der Spange. Ich muss den Spangenkopf nicht bis in den Nagelfalz schieben, sondern ich kann ihn am freien Nagelrand anbringen. Also ich habe ihn jetzt hier lateral einmal im Nagelfalz eingebracht und auf der anderen Seite, auf der medialen Seite, habe ich ihn am freien Nagelrand angebracht und die Spange entfaltet so trotzdem ihre volle Wirkung. Um die Spange noch zu fixieren, wird sie am Schluss mit einem speziellen UV-Gel versiegelt. Dazu nehme ich sehr gerne das Gel von Gehwohl. Das ist super praktisch. In der Tube hat eine dünne Dosierspitze. Dadurch kann ich es wirklich punktgenau anwenden und ist unter anderem auch speziell für die Nagelspangenbehandlung entwickelt worden. Ich fixiere die Spange an fünf Punkten und härte das Gel dann unter einer UV-Lampe aus. Alle Produkte, die ich hier übrigens verwende, sowie auch die Nagelspange selbst, habe ich euch unterhalb vom Video in der Infobox verlinkt. So sieht es jetzt aus, wenn die Spange fertig angebracht auf dem Nagel ist. Ich setze jetzt gleich noch eine Tamponade und zwar auf der lateralen Seite, also auf der Seite, auf der der Spangenkopf im Nagelfalz ist. Ich nehme hierzu eine Tamponade und einen Eckenheber und schiebe die Tamponade damit in den Nagelfalz rein, sodass sie zwischen Spangenkopf und Nagelfalz liegt. Die Tamponade verwendet man ja generell bei Drahtspangen, sodass der Draht nicht am Nagelfalz reiben kann. Hier nochmal die Spange im Detail. In der Mitte lässt es sich, wie schon gezeigt, in der Länge verstellen und medial und auch lateral befindet sich der Spangenkopf. Mit dem Spangenkopf wird die Spange am Nagel befestigt. Bestellen könnt ihr die Spange über Reich Vital. Ich verlinke euch das Ganze aber auch noch unterhalb vom Video in der Infobox. Das Besondere an der Spange ist, dass ich sie wirklich auch bei einem entzündeten oder schwer zugänglichen Nagelfalz anwenden kann. Wie vorher schon gezeigt, muss der Spangenkopf nicht im Nagelfalz unbedingt angebracht werden, sondern ich kann ihn auch am freien Nagelrand anbringen und das macht die Spange so individuell einsetzbar. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video doch einfach einen Daumen nach oben und abonniert auch meinen Kanal, sodass ihr kein neues Video von mir mehr verpasst und dann freue ich mich darauf, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, tschüss! Bis dann, tschüss!